Was wir halt machen können, weil gerade jemand wieder die Sonderbombom-Thematik angesprochen hat. Boah, Junge, auf einmal hat Wirbelsturm hier bei mir, holy shit, ja okay, ich wohn mal. Evan, Evan, was hast du gemacht? Dega, auf einmal kam hier mal der andere... Evan, was hast du gemacht? Oh, nein. Was ist passiert? Du hast den Spiel schon neu geladen. No, oh mein Gott, du weißt nicht, was gerade passiert ist. Es ist gerade ein Ding von meinem Lieferando-Essen über die Tastatur auf die F5-Taste und weiter geflogen durch den Raum. No joke, das muss passiert sein, ich bin sonst nicht drauf gekommen. Ich kann nicht mehr. Wann hast du das letzte Mal gespeichert? No way. Ich wollte es gerade noch zu dir sagen und ich dachte es wäre übertrieben, wenn ich jetzt wieder wegen Speichern frage. No way. Oh nein. No way. Digga, fünf Level verloren. Ein Zeichen von Lieferando. Oh mein Gott, Digga, no way.